Skalieren bedeutet vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie auf Ihr Augenmaß arbeiten, greifen Sie zur Maus und ziehen das Bild mithilfe der Skalierpunkte auf die gewünschte Größe. Solange Sie einen der vier Eckpunkte verwenden, skaliert PowerPoint proportional. Das Verhältnis von Länge und Breite bleibt also erhalten. Skalieren Sie dagegen mithilfe der mittleren Skalierpunkte, stauchen oder dehnen Sie die Grafik. Mit der folgenden Methode skalieren Sie ein Bild millimetergenau. Doppelklicken Sie die Grafik, um die Bildtools einzublenden. Jetzt müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Höhe oder die Breite festlegen. Den jeweils anderen Wert errechnet PowerPoint automatisch. Treffen Sie Ihre Entscheidung und tippen Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Feld ein. Sobald Sie in das andere Feld bzw. in oder neben die Folie klicken, berechnet PowerPoint automatisch den zweiten Wert und skaliert die Grafik. Seark мерethBlack Saal Wat soll sie in der appearances? Was soll sie in der Virus auf den Bodenkämpferschm MOSbung? Seark Bis dahin